Wer weiß, wer Johann Sebastian Bach war? Warum ist der denn so wichtig? So, David, was ist die Kreuz 13 von A? Wo waren wir gerade stehen gewesen? Bei Bach. Und du hattest gefragt, ja? Wann ist Bach gestorben? Ja, spät. Hat aber immer vieles. Aufstehen. Rausgehen. Fernsehen. Dreadlocks drehen. Im Urlaub fliegen. Rumpfliegen. In Campen fliegen. Schokolive kriegen. Denn Unwichtiges, Wichtiges ist nichts, was richtig wichtig ist. Doch wär's nicht wirklich öde, wenn's davon nichts mehr gäbe. Unwichtiges, Wichtiges ist nichts, was richtig wichtig ist. Doch wär's nicht wirklich öde, wenn's davon nichts mehr gäbe. Nägel lackieren. Nach Farben sortieren. Kleider probieren. Fett abformieren. Rumlaufen. Laptop kaufen. Cola kaufen. Noch mehr kaufen. Denn Unwichtiges, Wichtiges ist nichts, was richtig wichtig ist. Doch wär's nicht wirklich öde, wenn's davon nichts mehr gäbe. Unwichtiges, Wichtiges ist nichts, was richtig wichtig ist. Doch wär's nicht wirklich öde, wenn's davon nichts mehr gäbe. Schwupp, Schuhe, Tasche, Strand. Schoko, Kekse, Urlaub, Sand. Eins möchte ich euch sagen. All das will ich haben. Bom, Bom, Musik, Schildsend. Bip, bip. Ja, nur muss es sein. Unwichtiges, Wichtiges ist nichts, was richtig wichtig ist. Doch wär's nicht wirklich öde, wenn's davon nichts mehr gäbe. Unwichtiges, Wichtiges ist nichts, was richtig wichtig ist. Doch wär's nicht wirklich öde, wenn's davon nichts mehr gäbe. Unwichtiges, Wichtiges ist nichts, was richtig wichtig ist. Doch wär's nicht wirklich öde, wenn's davon nichts mehr gäbe. Unwichtiges, Wichtiges ist nichts, was richtig wichtig ist Doch wär's nicht wirklich öde, wenn's davon nichts mehr gäbe Unwichtiges, Wichtiges ist nichts, was richtig wichtig ist Doch wär's nicht wirklich öde, wenn's davon nichts mehr gäbe Unwichtiges, Wichtiges ist nichts, was richtig wichtig ist Doch wär's nicht wirklich öde, wenn's davon nichts mehr gäbe Und jetzt Jumel! Jumel!